Wie hoch wird die Rentenanpassung 2022 ausfallen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Herr Knöppel, können Sie mir sagen, wie hoch die Rentenanpassung, Rentenerhöhung zum 1.7.2022 ausfallen wird? Gibt es schon verlässliche Zahlen? Können Sie etwas sagen? So eine Frage, die mich auf RentenBescheid24.de erreicht hat. Und aktuell zum 8. März 2022 kann ich leider seriös nicht sagen, wie hoch die Rentenerhöhung zum 1.7.2022 ausfallen wird oder aussehen wird. Es gab zwei Hinweise auf die Rentenerhöhung und zwar im November 2021 schätzte die Deutsche Rentenversicherung eine Rentenerhöhung im Westen 5,2% und im Osten bei 5,9%. Das wäre natürlich ganz ordentlich. Danach kam aber schon der erste Warnschuss durch die Bundesregierung. Der ausgesetzte Nachholfaktor wird für die Rentenanpassung 2022 wieder aktiviert. Daraufhin hat dann unser neuer, alter Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, im Januar 2022 eine Rentenerhöhung im Westen von 4,4% und im Osten von 5,1% vorausgesagt. Auch als Schätzung. Die Rentenanpassungswerte werden aller Voraussicht nach um den 20. März 2022 bekannt gegeben werden. Die Zahlen für 2021 wurden durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zum 18.03.2021 veröffentlicht. Und zwar in einem Entwurf einer Rentenwertbestimmungsverordnung. Aber eines dürfte jeden Rentenempfänger in Deutschland oder der auch im Ausland ist klar sein. Real wird seine Rente nicht steigen oder nicht wie erhofft steigen. Nominal vielleicht schon. Aber die massive Inflation, die wir jetzt aktuell durch den Ukraine-Krieg haben, wird im wahrsten Sinne des Wortes die Rentenerhöhung zum 1.07.2022, wenn sie denn kommt, wahrscheinlich auffressen. Keine wirklich guten Nachrichten für alle Rentnerinnen und Rentner im Jahr 2022. Aber so ist nun mal leider die aktuelle Lage. Wir werden, sobald die Zahlen der Rentenerhöhung nominell vorliegen sollten, davon natürlich berichten und Ihnen dann auch die Zahlen vorstellen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Ich wünsche Ihnen ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal.